Mary von Dänemark Der Abschied von Christian bricht ihr das Herz Mary von Dänemark stand am Kai und sah ihrem Ehemann, Kronprinz Christian, nach, wie er auf das Schiff stieg und sich langsam entfernte. Ihr Herz brach bei dem Gedanken daran, dass sie ihn für eine lange Zeit nicht sehen würde. Die Tränen stiegen ihr in die Augen, als sie sich an die schönen Momente erinnerte, die sie zusammen verbracht hatten. Die glücklichen Tage, die sie miteinander verbracht hatten, schienen plötzlich so weit entfernt zu sein. Sie wusste, dass Christian seine Pflichten als Kronprinz erfüllen musste und dass sie als seine Frau ihn unterstützen musste. Aber der Gedanke daran, dass er so weit weg sein würde, machte sie traurig. Als das Schiff endgültig aus ihrem Blickfeld verschwand, ließ Mary von Dänemark die Tränen freilaufen. Sie wusste, dass sie stark sein musste und dass sie auf Christian warten würde, bis er zurückkehrte. Aber in diesem Moment fühlte es sich an, als würde ihr Herz in tausend Stücke zerbrechen. Der Abschied von Christian war schwer, aber sie wusste, dass ihre Liebe stark genug war, um diese Trennung zu überwinden. Der Abschied von Christian